Stopp! Ich mach Karate! Also muss man einen Angreifer warnen, wenn man Kampfsport macht. Dieser Mythos hält sich sehr lange, stimmt aber nicht ganz. Aber es gibt ein grosses Aber. Viele Kampfkunstredner fordern das von ihren Schülern. Die sagen ihnen, hey, ihr müsst einen Gegner vorwarnen. Entweder, weil sie es nicht besser wissen, weil sie glauben, das wäre das geltende Gesetz. Oder aber es gibt einen zweiten Grund, weil sie glauben, es sei einfach halt fairer quasi. Es ist wichtig, dass rechtlich musst du nicht warnen, weil du musst einen Verteidigungsvorteil nicht aufgeben. Also das Recht sieht, dass du den anderen möglicherweise überraschen könntest. Ein Angreifer mit einer guten Kampfkunsttechnik, das ist ein Vorteil für dich in der Verteidigungssituation. Diesen Vorteil, den darfst du behalten. Also du musst einen Angreifer nicht vorwarnen. Ich aber sage dir, dass es sich unter Umständen lohnen kann. Ich kann. Es kann deeskalierend sein. Es kann einen potenziellen Angreifer abschrecken, wenn man ihm vermittelt, dass man bereit ist, sich zu wehren. Ich habe das schon sehr oft getan. Es kommt hier eben immer mega fest darauf an. Weißt du, wie kannst du dich verkaufen? Also in der Arbeit als Türsteher, ich habe schon oft Leuten gesagt so, hey, weißt du, ich will keinen Ärger mit dir, aber glaub mir, glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Ganz einfach. Manchmal sage ich den Leuten auch, hey, weißt du was, du bist für mich leichtes Futtermann. Und ich sage das nicht einfach so, sondern erkläre ich ihnen vielleicht. Und manchmal, wenn sie noch einigermaßen nüchtern sind, dann haben sie ein Einsehen. Aber eben hier kommt es mega fest darauf an. Wenn du dann sagst, hey, pass auf, ich habe den schwarzen Gürtel. Das wird nicht sehr abschreckend wirken. Und wenn du dann dann sagst, hey, pass auf, Mann, ich bin Boxer. Okay, also wenn du willst, dann tanzen wir, aber das wird vielleicht ein bisschen eher wirken. Wie gesagt, ist eine Abwägungssache. Rechtlich gesehen solltest du, ich weiss nicht, wie es in Österreich ist, okay, aber in Deutschland jedenfalls ist das ganz sicher so. Du musst nicht warnen.